Heute ist Nikolaustag. Ja, ein wunderschön herzliches Willkommen zu Tag Nr. 6, der Adventkalender 2023. Ja, hinter mir stehen schon wieder leere Kartons bereit für das Ausräumen von den zwei Rädalen und den zwei Rädalen. Ganz unten habe ich schon meine Ordner reingeräumt, die werde ich nicht nochmal ausräumen. Daher, das wird heute alles gemacht. Eigentlich sollte heute noch ein Kolide dabei sein. Das ist leider nicht der Fall so. Und deswegen bin ich heute nochmal kurz alleine. Aber sobald ich meinen Schreibtisch und Co. aufbaue, sind oder ist da eine Kolide dann auf jeden Fall auch dabei. Ich mache alles runter an. Und dann halt, let's go! Ich mache alles runter. Bis zum 29.12. habt ihr die Möglichkeit, am Tag 24. das Lösungswort dieses Adventkalender reinzuschreiben. Daher, diesmal ist das alles Zahlen, was ihr finden mögt. Jede Zahl ist ein Buchstaben. Als Gewinn wieder eine wunderschöne Tasse. Ein paar kleine Süßkramwaren. Einen kleinen Gutschein. Ich wünsche euch viel Spaß beim Adventkalender Gewinnspiel 2023. Musik Musik Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Und das heißt, wir kümmern uns dann um das Pedal, aber vielleicht morgen. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.